hallo hallo und herzlich willkommen zu die ich habe die mode zu rank 19 weil ich gerade eben aus dem match raus geflogen bin weil die sie den fehler hatte herrlich wir haben einen chinesen dabei ich hoffe dass sie nicht wieder als chinesen sprechen weil dieses spiel lebt davon andere zu verdächtigen muss man mutmaßungen anzustellen und wenn ich das alles nicht verstehen kann was sie damit was ist für mich das spiel in dem sinne dann sind frei die pixeln sind echt schön ach ja deswegen sollten sie doch schon auf englisch sprechen also ach ja ich war natürlich ein infekteter so jetzt haben wir da nur noch eine infektet und ich hab da schon drei bags blot blot getrunken habt die chinesen australia oh die sache ist auch die chinesen können auch englisch sprechen sogar manche richtig gut aber das ist halt so ne dass man lieber in seiner sprache bleibt in der mann in der mann sich wohlfühlt und die man kennt ich habe den Inspektion Kit so i want everyone to come over here please everybody come over here i'm putting it on your maps now it's on your map now thank you Baramori Baramori stood on the lever to unlock the test kit so i'm not going to test Baramori do you know how many times they do that and they are infected yeah i know i know but i'm just saying i'm letting you know who it is so that everyone's aware and she's the chick with the black and the afro like black black outfit afro i'm gonna watch these bags here as well because i just got the test kit so if anyone sees anyone hey i need ammo somehow hey is the fact that i woke up it doesn't mean okay i'm going to I'm going to but the camera yeah it's cool I'm scanning down poor down P rules infected down P Hooks Infishing Ich habe irgendwie... Die Maske, no shirt. Chang with the Yeti Maske, no shirt. Oh, there's two of us actually shit. I'm the one with the camera out. The camera out. Who test her? This one. Who are you? I did. I did. Jats on toast. We need to test Jats on toast. Okay, one meld star. You do. You are or hey you. Okay. Alright, well I trust... Who's the girl? Who's the girl? I trust you. You get the double barrel. Barrowmore is standing on the double barrel again. I'm not going to take it. Alright, Barrow, you take it. I'm going to stand on the floor. There you go. Where's the inspection kit? We need to get to that now. We've got 40 seconds. There isn't one. There isn't one. Oh, there's not one on this level. Yeah, let's try it. Good people. Follow me. Are you guys pulling levers as well? Because I feel like I'm pulling a lot of levers here. I haven't seen one yet. I've got another camera. So I've got two now. I've got 12 batteries. We follow Jats. We follow Jats. If you drink blood, we kill you. Yes, please. Follow me. Follow me. More people here. It could be of course also that he is a enemy who is infected. But he and his love Ishe are both infected. That could be of course. I'm going to meet you. Blackouts in three. I'm going towards the top. I'm going towards the top. Yeah, same. The other Chang's here as well. Four of us are here. Okay, cool. I'm one with camera out. There's only four of us. That's a good guy. Who are you not here? Maybe we killed him when we got him down before, remember? You can't get rid of him during the night, during the back out. Maybe one had to disconnect. But you know what they should implement? That survivors can see who's still alive and who's dead. Because it's too confusing otherwise. No one take the lethal. There's no point. We don't want to just fucking throw that shit. Yeah, please don't do that. Just for points. We do. The leavers just... Oh, okay, never mind. Someone pulled it. I'm not knocking it out. Let's get out of here. I'm not knocking it out. Everyone stand on it. We all get... We all escape at the same time. More points. One more time. You're just a good guy. You're just a good guy. Okay. Aha. Sollte ich mal gucken? Ich habe jetzt wohl was freigeschaltet. Warte mal. Profile? Nein, ich will keinen Highscore. Ich will Test-Subjects haben. Also ich finde das Forest am geilsten. Oder das... Das Dark ist natürlich auch geil, ne? Aber ich weiß nicht, wieviel man dafür unlocken muss. Und... Äh... Ah, Forest sieht auch geil aus. Ähm... Aber Lisa müsste jetzt... Die hat nichts? Aber ich habe doch irgendwas freigeschaltet. Ich habe doch irgendwas freigeschaltet. Oder nicht? Naja, sah zumindest so aus. Okay. Joa... Man kann natürlich so tun, als... Ja, man hat einen Inspector-Kit und sagt, dass ein Innocent-Typ... Ähm... Natürlich ihn infected ist und sowas, ne? Und dann... Wird das nix, ne? Also, dann... Muss man das natürlich auch prüfen, ob derjenige da jetzt gelogen hat oder nicht, ne? Weil dann... Für sowas bräuchte man eigentlich zwei. Und dann hat man wieder diese Paz-Paz-Situation. Wer hat jetzt wirklich Recht, weißt du? Wer ist jetzt wirklich... Wer lügt? Wer lügt nicht? Ja, und davon... Ist... Davon lebt das Spiel halt. Diese... Verdächtigungen... Mutmaßungen... Wer will uns eine Wäsche? Wer will uns nicht eine Wäsche? Wer hat uns schon längst verkauft? Und wer... Wer würde es niemals tun? Ja? So in etwa, ja? Hehe. Darum geht's in dem Spiel. Hallo everybody, how y'all doing today? Hey, friend. What up? Good luck, good luck. Finally, we have a bunch of English speaking motherfuckers up in here. I didn't... At that last round, I didn't even know I was the last survivor. My name is Shino Vaz. Yeah, that was really funny to me. Alright. Shino has like one rule. I got taken out first because I was chasing nice, and then he got me. He doesn't... I can't care if you're on his camera, apparently. He will pop you. He's popped me several times, I fucking hate it. But his game skill's a little bit better, and he's better at FPS than me. I fucking hate it. As long as you don't try to take my camera, I'm not gonna pop you. That's it. Alright, you're cool. You better not shoot me, fam. You better not shoot my ass, fam. I'm gonna hit this button real quick, then I'm gonna take my gun. Alright, there's two cameras. I'm getting it. I'm getting it. I'm getting it. Ah. Careful, brother. I'm sorry, I've never had a camera, so I took it from you. If you're thinking Shino's cam, he might shoot your ass. Oh, you can't kill Bright. You can't shoot Bright. That would be mean. That would be mean. That would be mean. I didn't take it from me, so we're good. I'm getting my camera, and we're good. Right, you're taking my tracker now? I just skimmed over for a vest, and you was like, yoink. Oh, fuck, ey. Jetzt, jetzt hab ich wieder diese Probleme. Die hatte ich letztens nicht. Also nicht so hart. Ach, das ist doch herrlich. Ja, aus dem Game bin ich wieder rausgeflogen. Es ist, es ist eine Schande. Ähm, kann ich mal kurz bitte STRG entfernen? Keine Rückmeldung. Ach, ist das herrlich. Ja, klar, es ist gecrashed, und ich krieg jetzt dafür wieder... Ach, Mann. Bäh. Ja, mir ist ja... Das Ranked ist mir ja momentan eigentlich... Das ist mir alles sowas von wurscht. Da hab ich auch nix zu tun mit. Aber es ist halt schade, dass man rausfliegt und... Ach, ja. Eigentlich hab ich das Seed gestartet. Warum startet das jetzt wieder nicht? Hallo? Ach, jetzt ist sogar Steam abgestürzt. Ernsthaft? Really? Da möchte man einmal, ne? Mal wieder ein paar Folgen aufnehmen. Was heißt ein paar Folgen? Ich bin schon froh, wenn die eine zusammenkriechen mittlerweile. Weil das Game immer die ganze Zeit crasht. Das ist doch ernsthaft... Oh. Da müssen die noch was gegen tun. Das ist wirklich... Das ist nicht... Play, bitte. Danke. Das ist wirklich nicht feierlich. Aber ich hab irgendwie das Gefühl, dass wenn ich das mit anderen zusammenspiele in einer richtigen Gruppe jetzt, ja? Also wenn ich jetzt mit Kali oder so... Dann hab ich da nicht so viele Probleme mit. Aber wenn ich alleine spiele, dann hab ich ein Problem damit. Dann krieg ich ganz oft Stand, Bildschirm, flieg raus. Jetzt sogar, dass mein Steam abgekackt ist. Das ist der Hammer. Es ist wirklich der Hammer. Da müssen die wirklich was machen, ey. Dass dieses FPS-Problem ist... Nimmt einen... Ja... Es nimmt einen zum einen natürlich Spaß am Spiel, weil man dauernd rausgekickt wird. Und zum anderen, ja... Es ist echt nervtötend. Wirklich. Es ist wirklich nervtötend. Du bist grad dabei, yeah, hier alles Blut zu trinken und sonst was. Wirst du gleich Leute killen und was ist? Was ist das? Nichts. Wenigstens soll das Asylum... Kann ich jetzt irgendwie was... Nein. Da kann ich auch nichts machen. Empty. Also hier könnte ich... Was könnte ich denn da? Stealth. In Terraform? Was? Wir haben Streamer wieder drin? Ja und? Schön, dass wir... Alter! Jetzt bin ich wieder infected und krieg gleich wieder ein Krampf hier. Nein! Als ob! Pfff! Oh shit! Oh shit! Ich such mir erstmal eben Versteck, alter! Oh, galaxy! Oh crap! Oh no! Oh no! I hate stream sniping! You just did it to me! I'm sorry, I didn't play anything, that's crazy! Okay, I'll just do you! I got the antidote! I'll just get shot in the head, okay? Can someone just kill me? I mean, I just need to shut up! Because I need to shut the hell up! Okay, just shoot me! I just heard another... Walk around and... Get sunset, hey! You should be fast! It's gonna be pretty suspicious, huh? Okay, I'm going to the actual coup! Oh shit, get out of my face! Fucking hell! It's the... I heard that! Go with the Afro! Go with the Afro! Where the fuck is it? Where the fuck is the Afro? Run! 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 Jetzt kann ich auch alles trinken wenn die Riesen ist Ach ja nein wirklich Tu so als würdest du draufschießen da kommt schon nur so Nein, warum? Shit Na komm schon, ich komm hier noch hoch Komm schon! Ich hab diesmal aber sehr... Aber der Typ, dass er das gesehen hat, ne? Der Twitcher, komm schon. Du killst die doch noch alle gleich. Scheiße, sind so noch drei übrig? Alter, du musst dich jetzt langsam transformieren. Sonst verlass nix mehr. Du musst die töten, bevor die rausgehen. Tu die doch töten jetzt! Oh shit. Nein, das war echt... Ah. Ah, das war es. Ah. Oh, wait, I'm scared. Ich verstehe das zwar jetzt da unten noch nicht so, aber okay. Ich habe mal jemanden revivet. Wann habe ich das denn gemacht? Können Sie mir das mal erzählen? Ich habe da keine Ahnung von. Weiß ich gar nicht mehr. Also ich muss zugeben, das war am Anfang sehr... Aber der Typ, warum ist er auch da hingegangen? Das hat er doch gar nicht gesehen können. Ich bin bei sowas eigentlich immer total vorsichtig. Eigentlich. Herrlich. Ach, schön. Ich liebe das Spiel einfach, auch wenn es so oft zusammen crasht. Aber wenn es dann mal nicht crasht, ist es egal, wie es ausgeht. Ja, ob ich verliere oder ob ich gewinne, ist mir egal. Es macht einfach nur Spaß. Oha. Zwei Chinesen wieder. Ah, gee. Muss ich hier nochmal nachgucken. Boah, Alter, wie die Grafik immer erstmal lädt, ne? Und ich habe das schon auf Low. Es ist wirklich alles auf Low, ja? Sonst hätte ich ja noch mehr. Sonst würde ich ja noch mehr ruckeln. Und es ruckelt ja schon zu viel. Boah, ey. Es ist ja schon so viel am Ruckeln. Ach ja. Wirklich mit dem Afro? Wie kann man denn mit dem Afro rumlaufen? Hallo? Ich finde Afro voll cool, ey. Ich finde die Kombination voll schön. Ich weiß nicht, ich mag das irgendwie. Also ich selbst würde jetzt nie mit dem Afro rumlaufen. Aber ich finde, dass das so Afrikanern und so, dass denen das richtig gut steht. Finde ich super. So, oh, was? Da hat jemand ein Afro? Oh. Warum nicht? Finde ich jetzt nichts Böses gegen... Oder Schlimmes gegen auszusetzen. Oh, scheiße. Wieder nur Chinesen. Nächstes Mal sag ich, nee, ich möchte keine Waschmaschine kaufen. Ach, Innercelt ist viel besser. Ach, gee, ist das. Ach, Gott, ey, warum... Ach, ich habe jetzt was? Ich habe einen Tracker? Ich habe einen Tracker. Ich habe einen Tracker. Ich habe ihn, die Kriter. Ich habe ein Tracker. ich glaube ich werde gleich wieder als erstes sterben bei den chinesen immer so auch gott ich bin wieder so positiv eingestellt hier gibt es noch so viele sachen die wir noch nicht genommen haben wie ich ihn an die insanen für diese собer sie versuche ich mit Lionen kann man z.m. nicht nicht ich kann nicht ich kannst ich kann spie japanes ja du kannst co dass bereits dr flew blad i think it was one of the chinese kohls wahrscheinlich sind es alles scheinlich groß aber alter die jürgische die schmerz fokke ernst haben leute ernsthaft also also langsam verstehe ich das ja genau jetzt ist jetzt tut erst mal den nigger wieder töten ernsthaft ich schute da keine down ernsthaft ich bin froh wenn die alle abgemurkst werden gibt es nicht ein antidote für was ist das ich weiß allerdings nicht wofür das ist ich verstecke mich hier irgendwo hinter so einem baum wie beim letzten die ausgänge sind alle da hinten ich habe mich das jetzt schon wieder zwölf sekunden den schaue ist der junge rufe zu laufen den schaue ist der die ausgleichen sind die ausgleichen sind die ausgleichen sind die 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 spieks jenny sie mit der folge k jetzt jetzt verstehe ich schon warum so viele leute sollte sind im forum und sagen dass diese chinesische spieler ja ja es ist ich weiß nicht ist es wahrscheinlich so was in etwa wie wie die ganzen ja ich mag ja sowas überhaupt nicht aber es entspricht entspricht wohl der realität ich kann leider selber nichts zu sagen aber vom hören sagen ähm ist das wohl so wie bei COD ja ähm mit den russen oder den russen kiddies die da die ganze zeit nur nette sachen sagen und so einen scheiß herrlich jetzt haben wir das mit den chinesen in the seat läuft ich verstehe das nicht ernsthaft boah ey wirklich also das macht mich jetzt grad ein bisschen ja bisschen salty ich find das halt ein bisschen ja scheiße weil das spiel ja wie ich schon mal am anfang dieses videos erklärt habe lebt davon von den verdächtigungen und wenn jeder da nur scheiße chines da durch die gegend labert was kein aber vielleicht okay der der hauptteil der spieler kann das verstehen ja weil der hauptteil der spieler ohne ist ich glaube der hauptteil der spieler wir sind jetzt momentan 400 ich würde sagen mindestens 200 mindestens die hälfte davon ähm sind wirklich chinesen so dann kannst du ja ausrechnen dass du in jedem spiel mindestens 2 bis 3 von denen da drin hast so außer du hast ähm halt schwein und bist halt mit leuten drin die dann auch englisch sprechen ja oder es gibt natürlich es gibt ja auch noch die chinesen die auch englisch sprechen könnten hatte ich auch schon mal erzählt aber ähm wenn alle wirklich so sind wie der eine oder andere ja fuck ich habe da speak chines you motherfucka boah ey da kriegt er so'n hals ey boah ne 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 wow hi Hi. Endlich mal Leute, die wieder Englisch sprechen. Ich freu mich schon. Alter, warum? Ich will doch einfach nur erstmal Amo sammeln. Okay, dat kam, hat bis jetzt noch nichts getrunken. Okay, das ist ja nicht. Pick it up. At least someone's trying to escape. Okay. 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 Ich trau dem Braten irgendwie nicht so. Naja, das... Mr. Karma is innocent. Ja. Der Typ, den muss ich eigentlich... ...verfolgen. Ich glaub, der war's. Wenn wir jetzt im Early Access gewesen wären, erstmal schon nur alle fast tot gewesen. Ich bin... ... Ich habe den Inspection Kit benutzt. Jetzt werde ich wieder rausgeschmissen. Ich habe noch einen Schaden. Ich habe 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 einen Inspection Kit. Ich habe einen Schaden. Ich habe einen Schaden. Ich habe einen Schaden. Oh, der hat mich noch getötet. Ich habe einen Schaden. 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 Und